nie wieder spiele ich mit domi tennis warum mich warum nicht das war doch der spaß deines lebens gibt es zu ich weiß nicht haben wir in gta zerficken kann ich mich auch vom virus lassen da brauche ich dich nicht in gta mal gespielt als schlange aber das muss schon sehr lang her sein also aber ich kann es gar nicht mehr ich habe alles vergessen ich habe mir gesagt ich konnte das damals ganz gut ja ganz gut ja ich war nicht schlecht hast schon die einladung bekommen wie viele sätze willst du spielen einer zwei drei ich würde sagen drei oder dann was macht der verlierer dann wir müssen irgendwas wetten irgendein ansporn muss da sein ein was man heißt spielt ein heißt spielen und was kriege ich wenn ich gewinne keine ahnung ja das ist so ich weiß auch nicht ich bin einfach so deadline und martin haas deadline ich habe wirklich schon seit jahren nicht mehr tennis gespielt in dem spiel ich weiß nicht mal was ich drücken muss ich frage ich frage ich frage den martin öfter so war wie funktioniert das wie funktioniert das ich habe null ahnung vielleicht vielleicht schlägt er mich auch das war nicht so ein richtiger so ein richtiger nuller putz fängt mich weg ich kriege nicht mal punkte nicht einmal das sagt er jetzt nur weil auf der playstation spiel spielt das ist die taste und das liegt da wieder alles ich glaube ich glaube es wird ziemlich ebenwürdig sein ich habe schon ich meine er steht eingeladen ich hoffe der job ist dann immer steht eingeladen ich weiß nicht ich drücke auch aber abbrechen ich kann abbrechen noch mal einladen zwischen den zeilen sagte domi gerade dass ich scheiße bin mit mir aber ich kann mich nicht mal mehr erinnern damals michi vielleicht habe ich davor schon gespielt na ich weiß ja nicht mehr erst da kommt damit geschichten von vor 100 jahren werden schon alt ich bin ja alt geworden mit meine reflexe sind auch nicht mehr das was sie mal waren geht's los wie alt korona gefährdet alt ich bin ja 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 So, off-flag beginnen. Okay. Wadda, wadda? Oh mein Gott. Wadda, wadda, wadda? Oh, oh, oh. Wadda, wadda, wadda? Ja. Hahaha. Det är slikt. Oj. Ich bin gerade so liebesbedürftig und will kuscheln, aber der Luki beißt mich nicht, beißt mich, oje. Sie zusammen Glück zwingen, ne? Ja, stáos. Jeh, stáos ned... Jeh, stáos ned... Haha, ja takim... Ja, staas... Ich kommt defensiv, unterböna... I stáas... Ja, gleich kannst du die aufschlagen. Ja, das war nur der erste Satz. Okay. Ja, jetzt geht es weiter. Wie mache ich den Aufschlag? So, nein. So nicht. Das war bei mir auch. Wie mache ich denn? Du musst drücken und dann kommt dieser Balken und dann musst du auch drücken. Nochmal drücken dann. Nochmal X drücken. Genau. Ja, bei mir auch ein bisschen. Ein bisschen. Ich weiß. 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 Ja, was ist da? Was? Ja, du musst auf die andere Fläche rüber. Okay, ja, ja, gut. Ja, 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 ja. Booo Noo Du musst zum Ball, ansonsten kann er nicht schlagen. Woher mein Ball? Ich komme ja nie rum in der Zeit. Scheiße, wir haben drei Sätze gemacht. Ja. Uff. Oh mein Gott, was mache ich? Ist er irgendwie zählen, wo ich hier schieße? Oder schießt er immer random? Hm? Ist er zählen, wie ich schieße? Ja, ja, du kannst zählen, na sicher. Mit dem linken Stick kannst du zählen, wohin du schießt. Boah, der macht das so verspätet. Aber vielleicht hast du ein bisschen mehr Leg als ich. Boah, das ist Federball da, die Gwina. In dem Federball bin ich der Meister. Aber da ist... Ich kann doch mehr. Aber ich meine es auch schon. Nee. Geh schon mal, Martin. Schau da nicht an, ey. Spiel weiter. Schau uns nach dem Stream an dann. was macht mein mikrofon ganze zeit ich will einen perfekten aufschlag mal machen falsches lied ich weiß aber das wäre besser glaube ich war kein perfekter ich drücke immer was anderes jetzt habe ich zum beispiel nur x verwendet ich bin die falsche richtung martin er ist da er ist da nicht schlecht das war schön mal gab es da nicht irgendwie auch so ein paar tricks ja ich weiß schon wieder das war der das war ich weiß schon wieder ich weiß schon wieder dieser aufschlag was so ekelhaft ich zeig dann nochmal dieser aufschlag ist einfach so ich weiß nicht wie ich den faschierst also wie ich den in andere richtung schierst ich weiß nicht wie ich den faschierst also wie ich den in andere richtung schierst in die was heißt wie ich den faschierst was meinst du drückst immer nur oder was ja du musst einfach mit dem linken stick wenn du wenn du gerade am schießen ist musst du nach links wenn du gerade also wenn er gerade schwingt dann musst du in die richtung zielen wo du ihn haben willst warte mal ich mache aus dir noch einen tennis profi ich verstehe das auch nicht am boden das das weiß und am boden die ringe worauf schlagt sind immer verschieden ich verstehe was meinst bei mir haben die immer einen verschiedenen an verschiedene verschiedene fordern da ist dann die gelb da ist dann die rot da ist dann die weiß wahrscheinlich ob ist ob ist abis oder nicht das habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet ich kann noch gold spielen wenn du magst den golf bin ich nicht so gut ich glaube drei sätze waren ein bisschen viel der war gut die freundin von der ich die erzählt habe domi weiß doch ja das war ja nicht lang her das war ja gerade erst gestern oder heute ja also ich mag den viereck schlag der viereck schlag mit dem schießen am meisten er ist am heftigsten den slice in slice die hat auch bestellt der lieferant hat es ihr in die hand drücken wollen sie hat gesagt er soll alles abstellen sie meint er soll bitte auf kontaktlos achten und er meinte ja jetzt war darin gelb da steht nirgends auf der rechten ok ja was das haben die restaurante noch nicht weiter geben das dauert vielleicht ein bisschen ich weiß nicht wie es dir einfacher machen kann wenn ich irgendwie ein handicap habe oder so vielleicht nur mit einem nur mit einem bestimmten schlag immer wir schießen mit dem mit dem in dem kreis ich probiere es jetzt immer mit dem kreis ich glaube dass der schwächste nicht mehr oh der ist übel Den habe ich sehr gerne immer geschlagen, den Schlag. Mir hat der Schlag sich irgendwie nie verändert. Okay, ich verstehe, was du jetzt gemacht hast. Das war wie jedes Mal an der Stelle. Okay, 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 okay. Mein erstes gewolltes Spiel, ey. Gratuliere. Okay, das mit den Aufschlägen habe ich zwar immer noch nicht draußen, aber das verändert sich irgendwie nie bei mir. Ich glaube, Martin ist jetzt heiß gespielt worden. Siehst du, wie leichtfüßig ich bin? Ich bin wie ein Tänzer. Ja, ich weiß, dass du wenig auch hast. Ich bin leichtfüßig wie ein Tänzer. Schau. Schau, wie leichtfüßig er ist. Schau, ich weiß nicht. Schau. Schau. ein brain leg ab von lieferant auch eine mail bekommen dass man online zahlen muss und die klingeln und es abstellen ja das ist auch so nur die lieferanten tun es nicht idioten da sollte man die polizei kontrollieren 3600 euro strafe wie beim rausgehen ja meine mutter spielt meine decke skandalös er hat jetzt 17 jahren gewandt ja ja ich habe gelegen ich habe gelernt bei mir ist der aufschlag immer dasselbe egal was immer was ach so oh mein gott das habe ich dir nicht sagt du kannst auch wenn du ausschlägst kannst du auch nach rechts und nach links ziel das machst du ja da war du da nichts weil ich nach rechts ziehst du nach links und weil ich nach links ziehst du nach links bei mir schießt da ich habe jetzt nach rechts gezielt das nicht ganz nach rechts zielen ich mache sie mir nur in der linie drin in der linie keine ahnung der ball war gut das war gut den kann den schlag kann ich respektieren ich glaube weil der ball direkt richtig durch da kann halt nicht schlagen ja jetzt habe ich nach rechts zieht und werde nach links geschossen das verstehe ich nicht damit warte okay geht schon auch fuck oh shit daher ein punkt noch dann hast du wieder ein spiel geworden okay jetzt muss ich mich zusammenreißen ich weiß nicht ich kann mir nur mal sagen also ich kann dir zeigen schau mal in stream ich ich gibt ja dann auch ein punkt scheint war in den stream wie ich mich jetzt aufschlag ich schieße nach links ja was so mache ich die ganze zeit jetzt schieße ich auch noch mal nach links aber jetzt ist ja die andere richter machen ja das war ja nach links zwar nicht nach rechts das war nach links haben mal hoden statt hosen geschrieben sind auch gescreenshotet sehr schön oh das ist nicht gut ach so ich würde ja noch einen punkt geben ich habe meinem kerl angeboten seine Hoden zu besticken, statt Hosen. An das kann ich mich auch noch erinnern, als du das erzählt hast. Schöne Hoden hast du da, äh Hosen. Wieso war das jetzt ein Fehler? Das war, ne, du musst in diesem Bereich hier, wo ich gerade bin, schießen. Oh, was ist das für ein Schlagwesen? Hä? Was war das für ein Schlag? Ich hab keine Ahnung. Was hast du drückt bei dem Schlag gerade? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was er drückt da hinten. Ja, bei Hoden kommt der Kazuma gleich wieder her. Da kommt der Kazuma aus seinem Lörg raus. Habe ich Hoden gehört? Das Beste war mein Kondom, ich gucke später, meine Oma wäscht noch meine Hoden. Oh weh, oh weh. Loro Penth, servus, moin moin, guten Abend. Oh, da hast du mich, da hast du mich. Da bin ich in die falsche Richtung laufen. Alles fit, Loro. Oh. So, so bin ich, so bin ich in die falsche Richtung. Lang, lang ist's her. Ja, bin übrigens der ehemalige Apple-Bro, falls der Name noch was sagt. Der sagt mir was. Apple sagt mir auf jeden Fall was. Warst du nicht damals auch bei GTA dabei? Ich glaub, aha, ja. Oh. Ich glaub, du warst bei GTA dabei. Oh, ist schon vorbei? Mhm. Gab's Geld eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaub nicht. GG, Martin, GG. Okay. Okay. Jetzt am Ende, jetzt am Ende, ähm, war's schon ein bisschen schwieriger für mich. Machen wir noch Golf? Ja. Gehst du? Also, wenn ich, wenn ich nicht wollen würde, dann würde ich nicht fragen, ne? Ist wurscht. Ist wurscht. Das heißt, nein. Nein. Ist wurscht. Weil ich nicht will, dann sag ich's. Okay. Ist wurscht. Okay. Ist wurscht. Okay. Aber wurscht. Ich bin eine Wette eingegangen und ich hab sie verloren. Nope. Ich war immer nur im Chat, aber das war damals zu GTA. Ich weiß, dass ich verbinde dich nämlich mit GTA irgendwie. Aber freut mich, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast jetzt. Ja, lang ist her, ja. Klise von Fini, manche Leute bekommen nur schnell was in den falschen Hals. Nicht so wie, ich denke mir, da hätte ich den gebracht. Manche hätten es lieber in den Hals bekommen sollen. Was? 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 Das war bei uns einmal. Das ist eine lustige Geschichte. Das war bei uns einmal. Mein Gassenvorstand in der Hauptstadt. Eben, eben einen Typ in der Gasse gehabt, der hat sich immer, wenn er wieder Älgstrier aufgepielt, Also, der hat immer nur depperte Kommentare geschoben, lauter Scheißbord, alle angegangen. Und meine Lehnerin ist einfach einmal so... Er ist halt einfach deppert angegangen und sich einfach so bahnhart. Weißt du was? Ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, dein Vater hätte lieber ins Graß spritzen sollen. Bisschen neu ist er da. So, in der Haupttree. Oh, da muss ich schon ordentlich angepisst gewesen sein. Ein anderer Lehrer hat ihm in Thurner einfach einmal gegen die Wand geschneissen, weil er so deppert war. Richtig, der war richtig. Der hat sich sogar noch zurückhalten müssen in den letzten Sekunden. Er nimmt ihn so und schiebt ihn schon so weg. Und stehst ihn so halt weg. Das war schön anzusehen. Ich meine, er hat es echt verdient, glaub ich auch. Ja, ja. Wo er ist schon heftig, wenn das auch Lehrer zu sagen. Bei dir ging es zu. Ja.